Wer ist denn der Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl? Ein Herr, ähm... Das weiß ich leider nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Schäfer, irgendwas, noch nie gehört. Ach, das interessiert mich überhaupt nicht, was der SPD macht. Irgend so ein Gümbelen oder wie der auch immer heißt, weiß ich nicht, interessiert eigentlich auch nicht.